Willkommen zurück Jetzt schauen wir mal ob ich das überlede Wenn nicht, dann wird das natürlich nie jemand sehen Und ja Und das Armband Igni Mh lecker Hey ich glaube es hat geklappt Ich creepche es Kontakt Sendung Sendung Should Mach urged Sie ist fort. Für immer. Das war aber knapp. Also wenn ich jetzt nicht hier dann getrunken hätte, dann ja. So. Okay. Was ist das für eine Trophäe? 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 Und da. Was ist das für eine Trophäe? 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 Da oben. Na gut. Dann... Warten wir mal zum nächsten Wegpunkt. Ah! Ja, komm. Dann schweißt du's. Er feiert und singt. Heißer M. Ihr singt. Dann fällt er ins Bett. Freude mal. Bringst du ein Geldchen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V. Meine Großmutter hat mir vom Schindeljungen. Lohir M. Herzer. Komm jetzt. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So viel habe ich jetzt gar nicht. Na dann. Pass auf dich auf. Kleiner Scheißer hier. Genau. Ja, dann weiß ich jetzt doch, wer gleich wieder nen Kampf gibt, erstmal meditieren, dann füllen wir das alles auf. Und dann sind dann auch da natürlich Gule. Schauen wir mal. Die brauchen jetzt nicht alle auf einmal, bitte. Na komm, na komm, na komm. So. Und. Kaboom. Na dann. Schauen wir mal, ob er das andere lässt. Genau, ja, am Schlachtfeld. Komm schon, derzeit. Okay. Okay. So. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Dann zerstören wir das doch. Na gut. So. Das ist ein Wull. Hallo. Das ist ein Wull. Ja. Ja, die schau ich mir nachher mal an. Die schau ich mir nachher. Und. Die schau ich mir nachher. Wie. Jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen mehr ein. Okay, so weit, so gut. Na gut. Okay, so gut.